Für das Herunterladen von Videos von Videoportalen wie YouTube oder Vimeo bietet 7OS das Programm JAFT an. Das steht für Yet Another Videotube Downloader. Zu finden ist das Programm unter dem 7OS-Menü, Multimedia, JAFT. Hier lässt sich ganz einfach eine URL zu dem betreffenden Video einfügen. Dann lässt sich das Video herunterladen, herunterladen und abspielen, herunterladen und konvertieren oder auch nur das MP3 extrahieren, besonders nützlich bei Musikvideos, wenn man nur den Audio-Part haben möchte. Natürlich lässt sich auch der Speicherort manuell setzen. Standardmäßig wird im Heimatordner abgespeichert. Ich möchte euch das mal demonstrieren anhand dieses Videos hier, was ich bei Vimeo gefunden habe. Ich kopiere einfach die URL-Zeile raus, setze die hier ein und klicke einfach mal auf Download. Ich könnte genauso Download und Play oder Download und Convert klicken. Klicke mal auf Download und schon fängt das Programm an, herunterzuladen. Ich kann jetzt unter meinem persönlichen Ordner auch mal nachschauen. Ihr seht, dort ist auch die Datei und sie wird heruntergeladen. Schon ist der Download fertig und ich kann die Datei dann abspielen, ganz einfach. Ihr seht, das funktioniert wunderbar. Das ist also Jeft unter 7OS.